So, und zurück bei Legend of Kay. So, wir sind jetzt hier unten in den geheimen Tunneln und jetzt werden wir nach unserer Freundin suchen, die hier unten ja sein soll. So, bin ich mal gespannt, wo sie ist. Denn sie soll ja hier eingeblich ein Geheim... Ähm... Äh... Was ist das? Ach, du Scheiße. Ja, äh, äh... Du bist ja witzig. Oh, oh, oh was? Alter, ich starte mal... Alter, gerade hier, die... Und dann passiert hier... Und dann... Äh, ach ja, also... Oh Mann, ey. Das geht doch nicht. Oh, verdammt. Oh, oh, ah. Spuck jemand anders an. Aua. Geh weg. Das haucht die wirklich ab, oder was? Komm her jetzt. Oh. Alter, wie die abgeht. Alter, was? Komm, einmal noch. Einmal noch, dann haben wir die. Oh, oi, oi, oi. Au. Oh nein, unsere Rüstung ist weg. Oh, was? Ja, brüll jemand anders an, aber nicht mich. Oh, dieser Scheiß. So, und jetzt kriegst du den Rest. Nein! So. Ende Gelände. Geschafft, zum Glück. Das war verdammtes Glück. Oh, ah, wir brennen. Ah. Ah. Oh, ich bin voll. Kann nichts mehr einsammeln. Shit. Aber irgendwo... Hab ich doch hier eine Kiste gesehen, oder? Hab ich verguckt. Von da kommen wir. Gut. Hier ist noch ein Herz hier. Herz, das nehmen wir mit. Da ist auch eins. So, dann gehen wir jetzt hier weiter. Zu Ling. Wo ist sie eigentlich hier? Seid gegrüßt, Großmeister Schuhn, oberster Herrscher des Gorilla-Clans, Kommandant der Truppen, meist verehrter... Hör auf, Kong! Ich habe Tuck und sein stinkendes Gefolge geschickt, Nachschub zu holen. Natürlich, Sir. Also, wenn ich dieses Ventil öffne, fließt die Lava durch das Rohr direkt in den Brunnen? Das sagte zumindest Alchemist Tuck. Diese filzige Ratte hat irgendwas vor. Baut mir ein geheimes Abschaltventil und den Griff tarnen als Statue oder sowas. Keine Ratte darf davon erfahren. Verstanden? Wie ihr wünscht. Ich nehme nur Gorilla-Arbeiter, Kommandant. Oh, sehr gut. Ich lasse mich doch von einer stinkenden Ratte nicht zum Affen machen. Los, los! Fang an! Bald werde ich meine Vorfahren mit einem großen Sieg ehren. Das Brunnen-Ding sollte besser funktionieren. Oh, oh. Das ist ein böser Plan. Aber den werden wir natürlich vereiten. Das ist ja wohl klar, oder? So. Oh, was wollt ihr denn? Hau ab! Da treffe ich die Mücke nicht! Da jetzt. Oh. Oh. Verdammt. Das war knapp. Weg. Lass mich in Ruhe. Hau ab! Du auch. Mein neues Schwert. Ich muss sagen, mein neues Schwert gefällt mir sehr gut. So. Den nehmen wir auch mit. Oh. Schöne Herzchen. Immer mit. So. Bin immer gespannt, wo wir jetzt hier hinkommen. Oh. Oh. Das gefällt mir nicht. Ey, coolen Drache. Aber die sind nur ein grüner und kein roter. Aber die Stimme, ey. Was ist das denn? Das ist so geil gemacht, Ellie. Oh Mann. Jedes war dasselbe. Süß? Hey. Ich hab in den letzten Tagen mehr Ratten zerquetscht als Moskitos. Also halt dein Maul, Flyboy. Oh. Tut mir leid. Klingt schon besser. Also mein Onkel sagte, du brauchst einen Charterflug über den Minen Canyon zur verlorenen Stadt. Richtig. Und da bin ich. Aber so einfach ist es auch nicht. Wir müssen unterwegs durch jeden Ring fliegen. Verpassen wir einen, geht's wieder von vorn los. Hör zu. Du kannst mit mir nach links und nach rechts fliegen. Und ich kann hoch und runter fliegen. Am wichtigsten, du kannst mich Feuer spucken lassen. Das ist äußerst nutzlich, weil die Gorillers jede Menge Luftminen installiert haben. Ach, und ich kann auch schneller fliegen. Über der verlorenen Stadt beginne ich mit dem Sturzflug und werfe dich dann im richtigen Moment ab, damit du sicher in der verlassenen Stadt landest. Alles klar? Gut. Na dann, auf ins Abenteuer! Yo, dann let's go hier. So, lass mich mal rauf da. Hä? Oh. Das kriegst du auch nicht. Okay, nochmal. So, war ein bisschen zu doof. So. Aua. Boah, das sieht gut aus. Bleib da. Ganz eilig. Komm schon, komm schon, komm schon. Na komm, Drache. Noch ein bisschen schneller. Komm, 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 komm. Ah, nein. Ah, ich war doch fast durch. Kacke. Ah, okay, alles klar, nochmal. So. 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 So, den mal ein bisschen besser aufpassen, wie den blöden Minen. So, diesmal schaffen wir das. Oh, Mann, man hat immer nur drei Minuten bis zum nächsten Ring. Das ist natürlich eng, ne? Hä? Ach, was? Wo war denn... Ne, jetzt komm, da war doch kein Ring, oder? Bin ich jetzt blind? Schreibt mal in die Kommentare, ob da ein Ring war. Wo wir an der Mauer waren. Ich meine nicht. Ich habe da nämlich keinen gesehen. Ich bin halt in. Untertitelung des ZDF, 2020 Nicht mit mir, nicht mit mir hier So, Konzentration Nein! Och Mann! Das gibt's doch einfach nicht Boah, ist doch schwer Hätte ich nicht gedacht, also ich hätte es mir leichter vorgestellt So, jetzt aber, alle guten Dinge sind vier So, jetzt aber Das muss doch zum Kacken sein. So. Ja, wo muss ich denn hin? Ja, da fehlt ein Ring. Ich weiß auch nicht, wo der ist. Gibt's doch nicht. Komm ich dann nach oben? Links? Rechts? Ah, ich denke mal, ich muss bestimmt nach rechts oder so. Ach, verdammt. Leute, ich stehe auch noch unter Zeitdruck. Das passt hier überhaupt gar nicht. Mann. Na ja, geil. Schaffen wir es. Ja, ja. Was? Ist... Mann! Das gibt's doch nicht. So. So, machen wir ein bisschen Konzentration jetzt hier. So, komm. Komm. Aua. Na komm schon. Beeil dich, Drache. Nein! Ah! Ich dachte, ich muss nach rechts. Okay. So, jetzt weiß ich aber wenigstens, wo ich längst muss. So, jetzt schaffe ich das bei... Jetzt, aber jetzt. Pass auf, jetzt schaffe ich es. So. Und diese Minen, die machen mir das Leben schwer. So, wir müssen auf jeden Fall zur sicheren Stadt. Das ist ja klar. Oh, das sieht gut aus. Weg da. Komm schon. Wir sind schon so weit. Jetzt packen wir das. Boah. Enge Kisse. Hä? Nein! Ich hatte kein Herz mehr! Oh, was? Das gibt's doch nicht. Okay, alles klar. Okay, ich glaube, wir werden heute in der heutigen Folge nur verbringen, durch die Ringe zu fliegen. Scheiße. Ah, Mann. Das ärgert mich. Okay, alles klar. Aber... Ist auch irgendwie witzig. Oh, Mann. So, jetzt aber. Jetzt kriegen wir das hin. Au! Platzer! Aus dem Weg! Hier kommt, äh, Kay, der Drachenreiter. Aua! Oh, ausweichen den Minen. Oh, das war knapp. So, wie weit ist es denn noch? Oh, was? Aua! Oh! Oh! Ja, kommt schon der letzte. Jawoll. Oh, geschafft. Endlich. Oh, Mann. Jetzt kommt der Sturzflug. Sicherheitsgurt anlegen. Es geht runter. Ey, dein Ernst? Weh, ich muss auch noch da durch drei Ringe fliegen. Dann geht's. Huh, geschafft. Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall in der geheimen Stadt, das schon mal sehr gut ist. Vielleicht ist ja Chuling hier. Wir sollten jetzt eigentlich mit ihr in der geheimen Stadt treffen, soweit ich das weiß. Oh, hat er uns fallen lassen. Aua! Alles klar. Okay, jetzt. Jetzt geht's ein paar Z 71pción-